So, der Antonio macht jetzt als allererstes mal einen Warm-up-Jump. Beide hier, der Peter Pilar hat sich hier noch reingesnackt. Die wollen beide erstmal normal drüber springen, dass das Motorrad arm ist und dass sie das Ganze nochmal checken. Das ist der RLM-Po zuleide. Wir haben den Antonio Namas. Genau, bei uns hier unten unten hinten, der Peter Pilar. Wir haben kurz angetestet. Und da sehen wir jetzt um was es eigentlich geht. Der Rocky ist dazugekommen. Und wird jetzt hinten auf das Motorrad rauf gehen. Wer das in seinem Leben von euch noch nicht gemacht hat, solltet ihr jetzt mal richtig applaudieren für die zwei. Tannen. Auf. Ich bin schon sehr nervös. Die werden mich jetzt in das Lammestick springen. Nicht ohne. Also, kippt den Saubest. Are you guys ready? Ich bin Tante. Antonio wurde dran. Und zusammen mit Tricks. Eine hält die Maschine, der andere macht die Tricks. Wenn er vorbei wird, kommt schreit sie an, wir wollen mehr es nicht. Ja, jetzt muss ich ein bisschen lauter werden und muss ich klatschen hören. Kommt! Grüße an die Jungs! Vollgas! Ja, super! Ja, super! Ihr seht, es ist nicht ohne. Superman hinten dran. Und jetzt tun ihm wahrscheinlich bestimmte Teile des Sherpas wehen, den droht wieder hinten. Jetzt gehen Sie noch mal und ich würde sagen, wir machen jetzt mal richtig Applaus. Da war gerade das Zeichen, dass Sie den Flip probieren wollen. Berg Flip, Eis-Kartner-Sprung. Wir seien hart genug dafür. Das machen Sie jetzt. Jetzt, ganz nebenbei, so ein kleines Zeichen, wollen wir Flip machen. Kommt alle jetzt. Zu zweit auf einer Maschine mit beiden Flip da drüber. Von hier nach da. Ihr seid ganz nah dran. Ab dem Block, Daniel. Da läuft sie gemütlich an. Drückt die Daumen und schreit, dass das funktioniert. Und du, die Lama sind Rocky. Ja, ja, ja. Wie hat zu zweit mit Glück? Da war es wichtig. Kommt mit dem Bergsketscher. Okay. glas Mply. Das war die Dame. Okay. Danke. 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 tässä. Vielen Dank.